WDR 2 Und der sich aufregt, dass Mexikaner vergewaltiger werden und dass das jetzt geändert wird in Zukunft, wird in Amerika nicht mehr den Mexikaner vergewaltigen, sondern wieder der Präsident selber unten hinfassen. Da ist quasi die natürliche Ordnung wieder hergestellt, Amerika ist wieder groß und lang und hart, so würde ich politisch interpretieren, was da passiert ist, ganz politisch unkorrekt, aber politische Korrektheit hat eh gerade keine große Konjunktur. Aber making great again, das ist das Ding weltweit. Putin making Russia great again, Brexit making England great again, Erdogan, die Türkei wieder zum Osmanischen Reich machen, darum geht es überall, will das Kaczynski, Orban, Le Pen, Petri Deutschland wieder groß machen und die Welt in diesen großartigen Zustand wieder zurückversetzen. Das Zeitalter der Nationalstaaten, also 1914 oder 1939, als man begeistert in den Krieg zog, um Deutschland wieder groß zu machen, was es dann nicht wurde, denn jede Erektion erschlafft irgendwann, das müsste man denen mal sagen. Great sein ist kein Dauerzustand, die Normalität ist erstaunlich klein. Hitler war übrigens auch gewählt, Putin, Erdogan, alle demokratisch gewählt. Das Problem an der Demokratie ist nicht das System, sondern die Wähler, die männlichen Wähler, die sich kastriert fühlen und die weiblichen Wähler, die offenbar auch mal wieder einen richtigen Kerl wollen und deshalb die großen und harten Wählen. Putin, der seine Volksgenossen von der Krim heim ins Reich holt, Erdogan, der sich erstmal ein Tausendzimmerpalast gebaut hat, was dem kleinen Mann auch nicht wirklich weiterhilft, aber ihm das Gefühl gibt, teil zu sein von etwas Großem und Langem und Hartem und Trump natürlich, der Pussy-Mann. Wissen Sie was? Wenn der Mensch zu lang im Frieden vor sich hin lebt, dann bemerkt er plötzlich, dass das Leben nicht great ist. Es ist auf die Welt kommen und Essen trinken und aufs Klo gehen und wieder ableben. Und weil er das nicht aushält, will er an etwas Großem teilnehmen. Making great again. Darum geht es zumindest für die Kleinen. Die Würstchen, die Verlierer, die Donald Trump so verachtet und die ihn gewählt haben, was sie so klein macht, wie sie wirklich sind. Herzlichen Glückwunsch. Die Tanur. Auch zum Nachhören auf wdr2.de